Was ist ein Speicheldrüsen-Neoplasma? Ein Speicheldrüsen-Neoplasma ist ein abnormales Wachstum der Zellen, aus denen die Speicheldrüsen bestehen. Diese Drüsen setzen sich aus einer Reihe verschiedener Zelltypen zusammen, und unreguliertes Wachstum dieser Zellen verursacht Neubildungen. Einige Arten von Neoplasmen haben bösartige Eigenschaften, was bedeutet, dass sie in umgebende Strukturen eindringen und sich in ferne Regionen ausbreiten können, während andere gutartig sind und nur ein selbstbestimmtes Wachstum aufweisen. Tumore werden oft nach dem Zelltyp klassifiziert, der den Tumor verursacht. Zu den Symptomen können Schmerzen, ein Klumpengefühl oder eine verminderte Gesichtsbewegung oder Empfindung gehören. Um die verschiedenen Arten von Neoplasmen der Speicheldrüsen zu verstehen, ist es hilfreich zu wissen, was diese Drüsen sind und welche Arten von Zellen sie ausmachen. Menschen haben große Speicheldrüsen unter der Zunge, in den Regionen unter dem Kiefer und in den Wangenregionen unter den Ohren. Es gibt auch kleinere Drüsen im Mund und im Rachen. Die Funktion dieser Drüsenspeichel zu produzieren, ein Stoff, der für die Schmierung der Nahrung und für eine gewisse Vorverdauung wichtig ist. Um diese Funktionen zu erfüllen, bestehen die Speicheldrüsen aus Drüsenzellen, die Speichel produzieren, aus Zellen, die den Speichel aus der Drüse in den Mund transportieren, Muskelzellen, die den Speichel in den Mund bringen, und dafür verantwortlichen Zellen zum Erzeugen neuer Zellen, um alte zu ersetzen, die nicht mehr funktionieren. Oft stufen Experten ein Speicheldrüsen-Neoplasma als gutartigen oder bösartigen Tumor ein. Gutartige Tumore wachsen typischerweise nur in einer begrenzten Region und können nicht in umgebende Strukturen eindringen oder sich in entfernte Regionen ausbreiten, wohingegen bösartige Tumore diese Fähigkeit besitzen. Ein Typ eines gutartigen Speicheldrüsen-Tumors wird als Pleomorphis Adenom bezeichnet, und dieses Wachstum enthält eine Mischung aus einer Reihe verschiedener Arten von Zellen, einschließlich Drüsenzellen und Muskelzellen. Im Gegensatz dazu bestehen andere Arten von gutartigen Speicheldrüsen-Neoplasmen nur aus einem Zelltyp. Beispiele für diese Tumoren umfassen Wartentumoren, Basalzeladenome und Myorepitheliume. Es gibt drei häufige Arten von malignen Speicheldrüsen-Neoplasien. Die Unterscheidung zwischen diesen Neoplasmen beruht häufig auf der Einnahme einer Tumorprobe und dem Verständnis, in welchem Speicheldrüsen das Neoplasma entstanden ist, da bestimmte Arten maligner Neoplasmen häufiger an bestimmten Stellen auftreten. Das Muckelpidermoid-Karzinom ist das häufigste maligne Neoplasma und enthält Drüsenzellen und Zellen, die typischerweise die Speichelgänge auskleiden. Das adenoidezystische Karzinom besteht aus Drüsenzellen und tritt häufiger in kleineren Speicheldrüsen auf. Polymorphe niedrigradige Adenokarzinome entstehen auch aus den Drüsenzellen, die typischerweise den Speichel bilden. Zu den Symptomen zählen ein trockener Mund, das Fühlen eines Klumpens an der Stelle, an der sich normalerweise eine Speicheldrüse befindet, oder Schmerzen in den Speicheldrüsenregionen. Obwohl einige Patienten Schmerzen haben, haben andere möglicherweise keine anderen Symptome als die Entwicklung einer Maße. Manchmal kann ein Speicheldrüsen-Neoplasma die Nerven infiltrieren, die zum Gesicht gehen, was zu einer Lähmung der Gesichtsmuskeln oder zu Gesichtsschmerzen führt.